Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei N-Switch-On. Wir machen weiter mit Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wir haben keine Zeit zu verlieren, es ist spät, aber ich wollte heute noch eine Folge reinschieben. Am selben Tag, wo ich die letzte gemacht habe, also von daher... Was ist das denn jetzt mit Teufel? Herzen aller Verbündeten plus eins, okay. Kann ich sowieso noch nicht machen, mir fehlen noch Items. Egal, später. So, was wollte ich machen? Das ist... keine Ahnung. Mach ich auch. Reisende in die verlorenen Wälder haben einen Stall voll belegt. Sie möchten sofort abreisen, wenn ihre Vorbereitungen getroffen sind, doch ihnen fehlt noch einiges und sie können nicht aufbrechen. Ja, schön. So, jetzt könnt ihr aufbrechen. Wunderbar. Stall des Waldes verfügbar. Nein. Was wollte ich machen? Mifa, längerer Kombo-Aufschluss. Mifa schließt Schwimmen in ihr tägliches Training mit ein. Sie ist selbst für eine Zora eine erstklassige Schwimmerin, doch sie möchte Fische beobachten und ihre Technik noch verbessern. Na dann, viel Spaß damit. Yay. Nachdem sie den Fischen zugesehen hat, konnte Mifa ihr eigenes Geschick beim Schwimmen verbessern. Ob zu Wasser oder an Land, sie kann ihre Technik nur noch effizienter einsetzen. Super. Was haben wir hier? Die Macht des Titanen. Steuere Varuta. Schon wieder? Warum? Na gut. Später. Hab ich noch nicht. Hab ich noch nicht. Babysitter von Kakariko. Hab ich auch nicht. So, was ist denn jetzt das, was ich machen wollte? Zelda ist Geheimtraining. Das wollte ich machen. Genau. So, legen wir damit los. Aber vorher will ich gucken, dass ich für sie noch eine verbesserte Waffe kriege. Moment. Nee. Hier. Jo. Weil mit 18 Schaden, das geht gar nicht. Schadliche Attackenhagel. Okay, wir verbessern dich mal. Plus 2% Schaden nach 100 besiegten Gegnern. Ja. Komm, pump rein das Teil. Immer Rinder. 23 Schaden sieht schon besser aus als 18. So. Wo ich schon hier bin? Er hat schon wieder 14 Waffen gesammelt, ey. Ah. Gibt es irgendwelche besonderen Fähigkeiten dazu? Nein. Doch. Ah. Elfprozentige Chance auf automatisches Blocken und Spezialangriffsleistende Regeneration plus 4%. Wow. Da drehe ich das Ganze aber um. Dann will ich doch lieber dieses Schwert aufwerten mit dieser Lanze. Wo ist sie? Achso. Die kann ich... Moment. Hm, 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 hm. Genau. Nee, nicht Kapitel. Link, bitte. Dieses Schwert. Diese. Warum funktioniert das so rum nicht? Willst du mich verarschen? Ist doch scheiße. Natürlich lässt jetzt die Batterie nach. Einen Augenblick. Ja, 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 ja. Hörst du zu meckern. Zack. So. Das könnte alles so schön sein. Gut. Hm? 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 Bringt das was? Man könnte den echt hochpowern, ey. Ich könnte die Stachel-Bock-Keule auf Stufe 12 von 20 hochpumpen. Nein, danke. Brauch ich nicht. Weg damit. Hm. Nichts davon bringt mir irgendeinen Bonus. Super. 37 Schaden, meine Güte. Super. Du noch. Wow. Dankeschön. Mhm. Super. So. Du hast doch eine schöne neue Waffe bekommen. Das hier sieht doch ganz cool aus. Ein Kot sperrt, wie Spione der Shiga tragen. Okay. Treue Kotachi. Dann werten wir das doch mal auf. Schaden durch Spezialangriff plus 5. Erstmal Erfahrungspunkte in der Schlacht. Wow. Warum kann ich das... Hm. Verdammt, das ist sortiert. Ach, was zur Hölle mache ich da? So. Moment. Äh. Äh. Du hier. Wähle... diese Waffe. So. Jo. Jetzt aber. Dankeschön. Und jetzt nimmst du... Bitte... Wo ist das hin? Ernsthaft? Warum kann ich die... Waffe nicht nehmen, die sie hatte? Weil das sie spielt. Ah, jetzt. Da. So. Bam. Hm? Oh! Das Ergebnis hat selbst meine Erwartungen weit übertroffen. Yeah. Das ist jetzt mal ein Killerschwert. Nice. So. Ich höre zu meckern. Ich wollte jetzt das hier machen. Wenn auch mit Zelda, aber egal. So, los geht's. Zip. So, schwarzer Tee ist alle. Trinken wir Fenty Anis Kümmel. Schmeckt auch gut. Los geht's. Drei Angegner besiegen. Wieso macht ihr ein paar mit? Ha ha. Ha ha. Mach sie kalt! Hier ist der Rest. Und ein Foto, bitte. Das hat gesessen. So, wo steht der Rest? Das waren die 300. Sehr schön. Moblins! Na, wo seid ihr? Da seid ihr? Da seid ihr? Ah, ah, ich habe sie verstanden. Ich habe sie verstanden. Ich habe sie verstanden. Das war's. Das wird einer. Und... Antikes Erweiterungsteil. Okay. Weg mit dir! Geht doch! Du bist ja doch zu was fähig, Prinzessin. Pling! Genauso wie die anderen auch. Okay. Also nichts Besonderes. Na gut. Er kriegt auch eine Waffe. Er war zwar nicht mal Teil davon, wobei wahrscheinlich hat er die alle im Hintergrund besieht. Immer wenn sie sich gerade umgedreht hat, war er hinter ihr und hat alles niedergemäht. So, hier war noch ein Geheimtraining, glaube ich. Im Pass-Training, genau. Los geht's! Bald habe ich alle Zipps durch. Ich habe mich übrigens noch nicht darüber schlar gemacht, wie das jetzt mit den Siegeln genau funktioniert. Ich mache einfach. Ich mache einfach. ... Ihre Spezialleiste fühlt sich so schnell, ey. Das lohnt sich doch. Schon wieder voll die Leiste. Meine Güte, ey. Ah, das ist mein Hauptmann. Den mach ich nebenbei auch noch kalt. Passt schon. Boom. Heh. Ja, die ganzen Haufen ausgelöst. Okay. Das waren die 300. Zack. Boom. 350. Also Ipper ist echt overpowered. Ich find's toll. Okay. Das waren die 400. Du hast keine Chance, mein Freund. Und weg ist er. Wenn man bedenkt, dass aus ihr dann irgendwann so eine alte Schachtel führt in 100 Jahren, finde ich das ja schon sehr geil, wie sie jetzt abgeht. Oh, eine neue Waffe für Mipha. Sehr schön. So, haben wir das schon mal erledigt. Das waren die zwei Sachen, die zwei Level, die ich auf jeden Fall machen wollte. Dann machen wir jetzt noch schnell die nächste Mission. Der Wald der Crocs. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Na, was ist das? Nicht das, sondern das. Längere Komboangriff. Noch ein längerer Komboangriff. Karkarikos Bewohner wollen ihre Bande stärken, um sich besser gegen die Monster am Rande des Dorfes wehren zu können. Dir kommt eine Idee, wie du ihnen dabei helfen kannst. Das ist schön. Die Dorfbewohner erfreuten sich an den Gerichten aus dem Dorf, angebauten Karotten. Das gestärkte Gemeinschaftsgefühl inspirierte Mipha zu einem gemeinsamen, morgendlichen Training im Dorf. Sehr schön. Ba, ba. Boah. Jetzt geht's richtig los. Awesome. So, Wald der Crocs. Empfohlenes Stufe 22. Na, warte. Kein Problem. Link hat sie schon. Ähm. Mipha jetzt auch. Und wen nehmen wir noch? Na, komm. Oh. Oh. Natürlich kann ich sie nicht austauschen. Oh. Noch eins bitte. Danke. Oh. So, jetzt aber. Okay. 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 Du hast ein geiles Schwert. Die Waffe ist auch nicht schlecht und die sowieso. Mehr Erfahrung, bitte. Oder nehmen wir... Chance auf Ausweichen. Erlittener Schaden reduziert. Schaden plus fünf. Na, komm. Mehr Erfahrung. What a treat. Yay. Mm-hmm. Ach. Los geht's. Der Wald brennt. Erlittener Schaden. The king issued his first order to the Divine Beast Pilots. Seek out the knight who could wield the sword that seals the darkness. This would require that they vanquish the monsters in Korok forest, where the legendary blades slept. All four of the pilots were to take part. Zelda, seeking data to help calibrate the divine beasts, accompanied them. As did Link. For he always stayed by the princesses side. Mit Hilfe von Usman kannst du bei Vamido den Blickwinkel ändern. Okay. Okay. Attacke mit ZR ändert sich je nach Blickwinkel. Aha. Drücke R um die Schnellfeuerkanone. Okay. Also in diesem Kapitel wird man wohl mit Vamido spielen. Auch nicht schlecht. Hyrule's king chose us to perform this pivotal task. It will be my honor to excel, as always. Mm-hmm. Then there's you. The one part that doesn't add up. Why should this nobody be trusted to lead us in the coming battle? Mm-hmm. It doesn't matter who's the leader. We're all in this together, right? You are, of course, mistaken. My divine beast is the key. So, ein Arschloch. It makes no sense. Well. My one comfort is that your reputation will be completely ruined once you fail. The fallen knight. Ravali. How long do you expect us to put up with your prattle, huh? I've said enough. The time has come to show you what I'm made of. Now witness. Vam Meadows divine power. Ich möchte einfach nur versagen, um dem Typen das jetzt nicht zu gönnen. Aber nein, so bin ich ja nicht. Aha, das sind Licht klingen. Okay. Aha, so kann ich nach unten ziehen. Okay. I'm just opening on the out. Okay. Oh, yeah. Okay. Okay. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Prinzessin, ich bin auf meinen Weg! Boom! X! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab gesagt, schmettern! Schmetter ihn! Okay, Prinzessin, geh mal weiter. Moment, nach da oben. Hm. Okay, schmetter ihn! Gut, das ging schnell. Okay. 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 Good. Okay. Oh. All right. Let's go. Hey. Nee. Da. Aha! Okay, ein Doppelgänger. Nee! Digai, war das denn? Super! Mifah. Neh. Geschafft es. Die Attacken ist okay. Ich überwältige sie einfach, so. So, was stand da? Irgendwo sind wieder irgendwelche Truppen aufgetaucht. Wo denn? Egal. Du gehst jetzt mal nach... Du gehst nach da oben. Danke. Prinzessin, ich bin auf meinem Weg. Jetzt schon mal. Vist du? Du gehst auf. Du gehst. Du gehst. Du gehst. Du gehst in Hyrule. Super, das haben wir auch erledigt. Dann beweg dich doch mal. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Ich lasse ihn aber nur stehen hier. Ich lasse ihn aber nicht. Ich lasse ihn aber nicht. Revanche. Ich lasse ihn aber nicht. Ich lasse ihn aber nicht. Ja. 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 Na komm her. Ihr habt keine Chance. Na, darf ich jetzt gegen dich kämpfen? Aha, Astor. So heißt er also. Hm. Hm. Okay. 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 Come on. Okay. 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 Das war's not it. Weiter geht's. Ha! Nochmal was so schön ist. Das war's not it. Das war's not it. Das war's not it. Das war's not it. Und jetzt aber. Das war's not it. Meine Güte. Nice. Schau ich mir alles dann später an. Neue Rüstung. Wunderbar. Das war's not it. Das war's not it. Das war's not it. Ja. Yeah. Und du, Prinzessin. Prinzessin. Nicht hohe Priesterin. Das war's not it. 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 Super. Rocksamen gefühlte Rasseln. Es heißt, dass in seinem Tanz eine verborgene Kraft inne wohnt. Ja. Wer ihn kennt, weiß wie nervig er sein kann. Wunderbar. So, danach geht's in der nächsten Episode geht's dann weiter mit... Was zur Hölle hier gerade alles aufgetaucht ist? Eine ganze Menge offensichtlich. Wow. Gut. Ich hab noch ein bisschen was vor mir. Äh, hat mir jedenfalls gefallen. Ich freu mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.